Was auch ganz interessant ist, sind zum Beispiel die ganzen Kids im Internet. Wir haben ja auch jetzt einen Computer und ich gucke mir natürlich an, was die Leute schreiben in ihren Gästebüchern und so. Also auf manchen Seiten, zum Beispiel auf der West Berlin Maskulin Seite, da schreiben die Leute dann, was weiß ich, Sabah, ich gehe und mache doch endlich Sammy kaputt oder so. Und die haben irgendwelche Probleme und die schließen vom, also ich weiß nicht, irgendwie, die haben nicht genau begriffen, wovon ich spreche. Weil im Endeffekt versuche ich einfach gute Musik zu machen und gute Rhymes zu bringen, aber die denken, ich bin jetzt der Typ, der dafür zuständig ist, wie Blade die Welt vom Bösen zu befreien oder so oder irgendetwas. Ich meine, wenn die irgendwelche Probleme mit irgendwelchen MCs aus Hamburg oder wo auch immer haben, dann müssen die selber anfangen zu rappen und sollen die selber lösen.